Hallo, ich bin der Squishy No-Bones, der fröhliche Podcast in der Tintenfisch. Während ich dieses schreibe, rast Milton auf Florida zu. Einer der möglicherweise schwersten Hurricanes der Geschichte. Stufe 5. Von 5. Spitzengeschwindigkeiten so irgendwo zwischen 200 und 250 kmh. Ja, lass dir mal Wasser mit 250 kmh entgegenblasen, das schreddert dir die Fresse weg. Zwischendurch, am Montag, war er kurz auf Kategorie 4 zurück. Dann am Dienstag wieder 5. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird er in der Gegend von Tampa, Florida, die Küste der USA erreicht haben. Und dann wird man mehr wissen. Oder gewusst haben, hier ist es jetzt gerade in diesem Moment halb zwölf am Vormittag. Das Ding ist nur noch zwölf Stunden unterwegs. Also bis an die Küste. Die Evakuierung an sich sind schon katastrophal, weil Tankstellen ausgesoffen, Highways maßlos verstopft sind, Menschen hängen fest, die Bürgermeisterin von Tampa sagt, wer bleibt, stirbt. Wenn ihr das hier hört, ist das Teil da vielleicht oder wahrscheinlich schon durch. Und gegebenenfalls war es nicht so schlimm. Oder wird nicht so schlimm gewesen sein. Was immer noch viele Tote bedeutet, zerstörte Existenzen und so weiter. Milton ist in jedem Falle eine ausgewachsene Naturkatastrophe. Auch nicht so schlimm kostet unzählige Menschen alles. Und es ist nicht die erste und sicher nicht die letzte Katastrophe, denn diese Stürme werden immer schlimmer. Das kann man nicht wegreden. Egal, wie sehr man das in dekadenter Selbstgefälligkeit gerne tun möchte. Auf NTV hieß es eben, es sei der übelnste Sturm seit 100 Jahren. Und schon kommen sie, die Relativierer. Ja, also gab es vor 100 Jahren auch schon so schwere Stürme. Dann ist doch alles normal. Das ist die gleiche Wurstparade, die auch immer von atmosphärischem CO2-Gehalt der Luft vor 500 Millionen Jahren brabbelt. Als allerdings noch gar kein Landlebewesen diese blaugrüne Murmel mit ihren Ausscheidungen dekorierte. Damals nicht einmal grün, weil es die Pflanzen auch erst vor 450 Millionen Jahren an Land geschafft haben. Und jetzt bitte nicht kommentieren, dass ich da aber dies oder das übersehe und nicht ausführlich genug bespreche. Und CO2 macht doch den Planeten grün und so einen Scheiß. Das ist gerade nicht das Thema und war nur eine Randnotiz. Mir gehen die Typen auf den Tintenbeutel, die sich immer so kleine Randbemerkungen herausspicken, die mit dem eigentlichen Thema gar nichts zu tun haben und deswegen in ihrer Ausführlichkeit gar nicht behandelt werden können. Und die sich da drauf einhobeln. Ja, ich schweife manchmal ab, mache hier und da kleine Exkurse oder eben kurze Anmerkungen. Ist bei mir so, lebt damit oder geht kacken oder kotzen oder eben euch einen drauf runterholen, dass ich keine Dissertation zu CO2 vor den ersten Landpflanzen verfasst habe. Grüße gehen raus an Martin, hieß der, glaube ich. Also, die Schwere der Stürme ist nur ein Teil des Problems, die Frequenz ist eine andere. Denn vorletzte Woche erst rasselte Hurricane Helene durch genau die gleichen Gegenden. War nicht ganz so schwer wie Milton es gewesen sein könnte oder so. Ich hasse es, über Dinge in der Vergangenheit zu schreiben oder schreiben zu müssen, die eigentlich noch in der Zukunft liegen. Helene hatte es trotzdem schon in sich. Helene war nur Kategorie 4. Nur. Und brunzte alleine schon Stand Anfang der Woche mehr als 230 Homo-Sapiens aus ihrem nicht vorhandenen Pellets. Natürlich ist es deutlich schwerer herauszufinden, wie viele Nicht-Hominiden es zerlegt hat, weil ihr anthropozentrischen Narzissen euch ja nur sekundär um andere Spezies kümmert. Nur als Beispiel 2018 starben bei Hurricane Florence 5.500 Schweine. Oh nein, ich muss nicht lachen, wenn ich dabei lese, dass eine der Organisationen, die sich um Tiere kümmert, die durch den Sturm heimatlos geworden sind, Flying Pig heißt. Und ihr bitte auch nicht. Ja gut, muss ich doch, sorry. Jeder Hurricane ist ein Todesurteil für zahllose Kreaturen und die Scheißteile werden im Schnitt mehr und stärker. Glaubt ihr nicht? Recherchiert doch selber, ihr Pisser, das könnt ihr doch angeblich so gut. Und es ist schlimm genug, dass einige nun das Problem wegignorieren, weil sie sagen, Stürme gab es schon immer. So einen schweren Sturm gab es auch irgendwie irgendwo, äh, nein, schon mal. Bestimmt und überhaupt, es ist gerade Hurricane-Saison. Ja klar, alles richtig, aber es tut halt so, als wäre hier nicht eine ziemlich beunruhigende Tendenz zu sehen. Es kommen auch die üblichen anderen Stimmen dazu, die so etwas sagen wie Sollte es nicht immer trockener werden? Jetzt regnete es und das ist auch wieder falsch. So als wollte man aus jedem Wetter gleich Klimakatastrophe machen. Als wäre ein Hurricane einfach nur Regen. Bloß mit 250 kmh. Dabei gibt es ja auf der anderen Seite, nee, komischerweise auf der gleichen Seite allerlei kuriose Ansätze, die die Schwere des Sturms und die Tendenz durchaus anerkennen. Nur der Spin, den sie daraus ziehen, ist wieder besonders bescheuert. Und das sind die Gem-Trail und HAA-Arp-Jünger oder wie denn ausgesprochen wird. Also Leute, die weit genug im Kaninchenbau der Verschwörungsnarrative drinstecken, dass man ihnen höchstens noch die Zehennägel markieren könnte. Eine menschliche Praktik übrigens, die ich nie verstanden habe. Und damit hier noch so ein komplett unqualifizierter Randkommentar. Was haben Menschen eigentlich mit ihren Kreativwucherungen am Ende ihrer Gliedmaßen? Manche verwenden sie ja noch als naturgegebenes Werkzeug. Zum Öffnen von Paketen. Zur besseren Popel-Extraktion. Mit ausreichend Friedrich Merz Spezialdrages im System. Äh, was? Ohne Friedrich? Also mit aus... Ihr wisst schon, sind die Dinger angeblich stabil genug, um sie als Schraubdreher zu verwenden. Manche benutzen sie auch, um damit den Rücken ihres Geschlechtspartners auf liebevolle, schmerzhafte Weise zu dekorieren. Wieder andere, und jetzt kommt es, geben ein halbes Vermögen dafür aus, sich die Teile mit Acryl-Extensions in bedrohlich wirkende, wenn gleich kreischbunt dekorierte, vermeintliche Mordwerkzeuge zu verwandeln, die allerdings höchst fragil sind... Äh, pass auf meine Nägel! ...und dem damit ausgerüsteten Menschen eine zusätzliche Behinderung bei der Bedienung des mobilen Endgeräts verpassen, weil es plötzlich furchtbar umständlich geworden ist, damit auf dem Bildschirm herumzutipsen. Aber wozu gibt es extrem lästige Sprachnachrichten, die keiner haben will? Wann, und damit komme ich zum Verschwörungskaninchenbau und den drinsteckenden Individuen zurück, von wegen zehn Nägel lackieren und so, ihr erinnert euch, wann klatschen sich eigentlich die ersten von euch schwerpunktmäßig weiblich gelesenen Zweibeiner die ersten Acryl-Nägel an die Füße? Ich meine, die Schuhe vorne offen habt ihr ja schon. Kommen da bestimmt noch vorne freigeraspelte Crocs auf den Markt, für den besonderen Schick. Kommt, ist doch sicher nur eine Frage der Zeit, bis ich in der Berliner U-Bahn nach Feierabend eine Schicht von Acrylstaub der ganzen zertrampelnden künstlichen Fußnägel findet, die sich in der Rush-Hour von euren Trampel-Extremitäten abgelöst haben. Und mit diesem Bild und dem Mitleid mit dem Reinigungsteam der BVG zurück nach Florida. Irgendwelche Honks haben inzwischen nämlich die Flugstrecke von Forschungsflugzeugen beobachtet, die von Florida zu Milton hin- und zurückgeflogen sind. Klar, man könnte sich denken, Florida, da kommen die meisten dieser Stürme an. Wer sonst soll das Teil denn erforschen? Und dass ein Sturm die übliche Route nimmt und deswegen von seinem aktuellen Plätzchen im Golf von Mexiko straight auf Florida zuhellt? Überrascht jetzt auch nicht wirklich. Muss ja nicht jeder falsch abbiegen und wie Katrina vor 19 Jahren in Louisiana landen. Also so ist es nur logisch, dass ein Flugzeug aus Florida, das nach seinem Besuch bei Milton wieder straight zurückfliegt und ein Hurricane ziemlich die gleiche Route zurücklegen werden. Nee, der ist gelenkt worden. Der Hurricane, das Flugzeug hat ihn manipuliert. Mit Chemtrail. Soder so irgendwas. Das übliche Bild, das sich am siffigen Boden zahlregloser Verschwörungserzählungen, ähnlich dem am Boden von schlecht gepflegten Biomelotonnen, findet. Nicht wörtlich, allerdings nur genauso eklig. Ganz kurz. Dinge passieren. Manchmal einfach so. Manchmal unschöne Dinge. Hier ist es noch ein bisschen komplexer wegen Klimaerwärmung und so, weil wärmere Meere gleich stärkere Stürme. Aber sie passieren. Und das ist doof. Ihr Menschen wollt immer jemand unmittelbar Verantwortlichen haben, über den ihr euch aufregen könnt, den ihr verurteilen könnt und fordert, ich will Handschellen klicken hören. Eine präzise, feststellbare Ursache. Ein Einzelereignis, das sich fassen und potenziell sogar kontrollieren oder zumindest verstandesmäßig verstehen ließe. Autismus. Geimpfung. Corona. Plandemie. 9-11. Die Türme wurden von den Amis oder den Juden gesprengt. Eine komplexe, schwer kontrollierbare Ursache wird auf ein einfaches Maß heruntergeschwurbelt. Im Extrem wird aus der schwer verständlichen Größe und Weite des Kosmos und der kaum noch homeopathischen Bedeutung eurer Existenz ein kleines, flacherdliches Miniversum mit einer süßen Glaskuppel drüber, gegen die die Raketen alle gegenditschen und mit dem Menschen mitten im Mittelpunkt allen Seins. Ihr narzisstischen Ego-Banan. Oder aus den verwirrenden Quantenzuständen in der Planck-Zeit, den ersten 5,391 mal 10 hoch 44 Sekunden nach dem Urknall, wird ein Gott war's. Und zwar vor gut 6000 Jahren, am 22. Oktober 2004, vor Jesus, hat zumindest Erzbischof James Usher im 17. Jahrhundert so ausgerechnet. Wüsste gerne mal, was das für ein Wochentag war. Der Mensch war sicherlich Montagsware, dann wären wir Tintenfische Sonntagskinder. Gefällt mir. Ist am Ende mit den Wochentagen eh alles nur eine Frage von gregorianischem, julianischem oder sonst einem Kalender. Verschwörungsgläubige suchen sich feste, greifbare, konkrete Narrative, um Dinge zu erklären, über die sie sonst keine Kontrolle hätten, die sie nicht in ihren Schädeln bekommen oder aber die ihnen ideologisch nicht in die Tüte passen. Und die Klimasache ist da eine besonders anfällige Geschichte. Während ihr Joghurt hier in der Anfang der 90er das mit dem FCKW relativ gut hinbekommen habt, ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut davor, hängt viel zu viel am Verballern von fossilem, CO2-erzeugendem Zeugs. Selbst wenn man die gleichen Anstrengungen unternehmen würde wie damals, die Kacksuppe würde noch weitere Jahrzehnte bis Jahrhunderte in der Atmosphäre ablümmeln und egal was, es würde trotzdem erst einmal noch schlimmer werden. Man kann sich dieser Angst und Problematik stellen. Man kann sie aber auch schlicht ignorieren oder man kann sie nicht sogar noch schönreden. Manche können absurderweise beides gleichzeitig. Es gibt keinen Klimawandel und der ist komplett natürlich. Das Wetter war schon immer so, nur eben von Chemtrail ist ausgelöst anders. Habe ich im Frühling ein Video zugemacht mit dem Buschfahrer Brauner. Ich will an dieser Stelle nicht auf die ganze Klimathematik eingehen. Das schaffe ich in einem kleinen Podcast gar nicht. Aber so werft mir das bitte nicht vor. Meine Position, ja, die CO2-Menge hat einen Einfluss aufs Klima. Sie wurde vom Menschen in den letzten 200 Jahren massiv erhöht, was sehr, sehr große Probleme nicht nur für eure Spezies hervorrufen wird, inklusive Völkerwanderungstendenzen, die genau diejenigen am liebsten nicht hätten, die Klimapolitik am liebsten komplett abschaffen würden. Die Situation ist mit erdgeschichtlicher Vergangenheit nicht zu vergleichen, weil der Anstieg viel, viel zu schnell passiert und dass dadurch viele Pflanzen besser wachsen, wäre eine super Sache, wenn ihr Strunzköpfe euch per Photosynthese ernähren und nebenbei noch hitzeresistent wärt. Dem entgegenstehende Politik ist primär ausländischer Großindustrie und Autokratienhörig, die insgesamt unlogisch daherkommt, wenn sie besonders auf eine atomgetriebene Energiepolitik setzt, weil diese ja gerade kein CO2 auskotzt, obwohl doch, ja, beides steht im Programm der Partei Atommülle für dich, CO2 angeblich so gut sein soll. Es macht keinen Sinn. Faszinierend sind sie, diese kognitiven Loopings, die einige leider sehr laute Individuen alle so veranstalten, wenn es um zum Beispiel Extremwetterereignisse wie Milton geht. Ich weiß, das ist gerade ein lustiger transatlantischer Spagat. Bleibt einfach mal bei der Stange, auch wenn ich ziemlich springe und gerade stark einen auf Stream of Consciousness mache. Milton kommt nämlich gerade zu einer traditionellen ungünstigen Zeit, ja, ich bin wieder bei Milton, dem Monat vor den US-Wahlen. Jupp, in vier Wochen ist es soweit und ich will gar nicht das ganze Elend wiederholen, das uns zuletzt in Form von Katzen- und Hunde-Videos ins Leben gesprotzt wurde. Der Oktober ist genau der Monat, in dem immer die Skandale und Katastrophen herausgepoolet werden. Die Oktober Surprise ist ein fester Bestandteil des Wahlkampfes. Die bekannteste der letzten zehn Jahre war wohl das Excess Hollywood Grab Them by the Pussy Tape 2016, das Trump aber scheinbar eher die Sympathien in einer zunehmend misogynen Gesellschaft eingebracht hatte. Könnte euch in Deutschland ja nicht passieren, ne? Äh, dazu gleich noch. Dementsprechend wird jetzt nicht nur behauptet, der Hurricane sei gesteuert, sondern er sei ein Wahlkampf-Hurricane der Democrats. Republikanerin Marjorie Taylor Greene, die schon 2018 darüber tweetete, dass kalifornische Waldbrände durch inzwischen sprichwörtlich gewordene jüdische Space Laser ausgelöst wurden. Das war zwar so nicht ihre Wortwahl, aber so sind sie bekannt geworden. Inhaltlich, ja, doch passt. Sülzt nun auch über Geoengineering und Wetterkontrolle. Und ja klar, Cloud-Seding ist real und ein Völkchen zum Regnen zu animieren, stimmt, das gibt es, das kann man. Aber ein Hurricane, den Hurricane, die Mutter, oder bei Milton eher der Vater, aller Hurricanes nicht nur zu lenken, sondern vielleicht sogar ausgelöst zu haben. Witzig, dass das oft die gleichen Idioten sind, die andererseits nicht glauben, dass ihre Nation in der Lage gewesen sein soll, eine Blechbüchse mit drei halsbrecherischen Typen drin auf den Mond zu ballern. Wäre Marjorie Taylor Greene nur irgendeine wirrekreische Tante auf Twitter, wie es sie weltweit zu vielleicht sogar Millionen gibt, weil, naja, Menschen halt, dann wäre das kein Problem. Aber MTG, wie sie gerne abgekürzt wird, sitzt im Repräsentantenhaus, dem US-amerikanischen Bundestag quasi, wurde 2022 im Wahlbezirk 14 in Georgia mit 66% der Stimmen ins Parlament gewählt, fast zwei fucking Drittel der Stimmen und dieses Jahr steht sie wieder auf der Liste, weil die da alle zwei Jahre gewählt werden, nicht wie der Präsi oder die Senatoren. Und der große, grobe Donald, nun der älteste Präsidentschaftskandidat aller Zeiten, der rennt aktuell mit Laura Loomer herum, einer bekannten Verschwörungs-Bitch. Gibt sogar Gerüchte, dass er nicht nur mit dir herumrennt, sondern auch macht. Klingt eklig, aber einige Leute essen auch Rosinen. Loomer hält 9-11 für einen Inside-Job, und Trump schleppt sie mit zu einer 9-11-Gedenkveranstaltung. Verschwörungsscheiße ist in den USA mitten in der Gesellschaft angekommen, sitzt in den Parlamenten und oder reist mit einem Ex-Präsi und vorbestrafen Betrüger und nebenbei auch noch Hoffnung der AR-15-schwingenden Prepper-Community auf Four More Years herum, der kritische Medien verbieten lassen will, weil die nicht gut auf ihn zu sprechen sind, der gegen erneuerbare Energien wettert, weil Windräder Krebs ausschlösen können, der massenhaft Richter ausgetauscht hat und weitere austauschen will, damit sie im Sinne seiner und der übrigen konservativen Politik urteilen. Und ja, ich höre euch, was hat das mit uns zu tun? Milton, ja, tragisch, Trump, haha, komisch, aber das sind die Amis, die sind halt so. Ja, denkt ihr wirklich, dass die so viel dümmer sind als ihr? Nein, schaut euch doch mal an, wer in den deutschen Nischen der sozialen Medien diesem, gerade diesem Typenhof viert. Schaut nur, wer Menschen gemacht im Klimawandel für Hirngespinste hält, wer Richter austauschen will, wer hat durchscheinen lassen, man könnte ja den MDR dicht machen, wer lädt sich ins Gebäude des Parlaments der Leute wie Steffen Humbug mit seinen schlechten Nachtstories über RKI-Fails und eine vermeintliche Inszenierung der Pandemie ein oder Antisemiten wie das wandelnde Impfpanikorchester Prof. Dr. Subaru Bankraub. Aktuell ist die Partei Armleuchter für Devolution schon eine Art Republicans Light gegen Migration, gegen LGBTQ, gegen verschärfte Waffengesetze, gegen erneuerbare Energien, dafür aber schnell und dabei die Judikative nach ihrem Gust nur umkrempeln zu wollen, Diktatoren zu hofieren, die Medienlandschaft umzuflügen, etablierte Wissenschaft zu leugnen und kuriose Narrative zu verbreiten. Die Trumpisierung Deutschlands hat längst begonnen und die ersten Wahlerfolge im Osten in der Tasche. Gerade diejenigen, die in der Ukraine-Frage eine Hörigkeit gegenüber den USA beklagen, sind gewillt, das Land in ein billiges Abziehbild mit allem drum und dran zu verwandeln. Nicht zu 100 Prozent. Dazu sitzt einem Teil der Gesellschaft zum Glück, muss ich bitterer Weise sagen, der Schock der Nazizeit zu tief in den Knochen, sodass die Panzerfaust des Patriotismus nicht die gleiche Wirkung entfallenden wie bei den Proud-to-be-Americans. Außerdem fehlt dieser religiöse Fanatismus, der Teile der USA durchströmt, wie einige mittelalterliche Örtchen auf der Suche nach ihrer Dorfhexe. Deutschland ist, Gott sei Dank, haha, viel säkularer als der drüben. Trotzdem, Leute wie Trixi vom Storch, Stöpfan Brandner, Gottfried Curio, Christina Baum oder der laut T-Shirt bekennende Querdenker Carsten Hilse. Nur als Beispiele, sie sitzen schon da, in eurem Bundesparlament und in den Landesparlamenten. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die erste MTG zu ihnen gesellt, die ihren Schwachsinn auch noch laut herausbrüllt. Ja, die ersten Leute, die Corona für eine von Eliten inszenierte Farce handelten. Ebenso wie einige Amis daran glauben, einer der schwersten Wirbelstürme der Geschichte sei von einem kleinen Forschungsflugzeug nach Florida gelockt worden, um dort Wahlkampf zu machen. Sie sind längst da. Dem Prinzip Querdenken folgend werden Realitäten längst fröhlich umgesponnen und die Wirklichkeit der eigenen Bequemlichkeit unterworfen. Früher oder später kommt auch ein Milton-artiges Phänomen vorbei. Ich meine, Corona war schon in der Richtung, dass sich dann einfach kleinreden oder gar für haarsträubende Hirngespinste wie eine stürmische Wahlmanipulation instrumentalisieren ließe. Euer Vorfahre, der Homo Erectus, ist nach seinem aufrechten Gang benannt worden. Ihr selbst Sapiens für eure Weisheit. Jetzt zeigt mal, wie aufrecht und weise ihr wirklich seid. In einem Monat könnten die USA in eine politische Katastrophe rasseln, gegen die Milton nur ein sprichwörtlicher Vogelschiss ist, der Erectus und Sapiens ad absurdum führt. In einem Jahr Bundestagswahl könnte euch aber das Gleiche passieren. Könnt ihr bitte dafür sorgen, dass das nicht geschieht? Danke und hallo! ein Jahrhundert ein Jahrhundert nicht